. Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Fistful of Facts mit Knappers und mit Fabi heute. Ja... Ja. Also Fabi hat das Spiel jetzt auch. Ich tippe nicht. Tja ja ja, ich das Spiel auch. Endlich. Hätte keiner gedacht. Fabi liebst du mal? Ich lebe noch mehr. Ich komme gerade außenrum hoch. Ist jemand von euch um? Ich bin um. Ich bin auch um und ich will es mit Dynamit runter. Da ist gar keiner um. Ist ja labert. Doch, bin ich. Wenn wir nicht meine Kiste sehen. Meine Kiste, geh weg. Meine Pub-Shot kann hier am Start. Bam, bam. Yeah. Ja, schön. Das ist nur einer schön. Schmeckt keiner oben aus, aber ich laufe die ganze Zeit weg. Ja, ich bleib jetzt mal oben, damit ich Leben kann regenerieren. Wir können regenerieren. Ja. Mach doch mal nicht. Irgendwann nach langer Zeit. So gut, dann schläg ich mich mal auf. Oh ja, ich hab' ihn gerade gesagt. Oh oh. Ah, Dynamit. Noch einer, noch ein Außenrum. Außenrum, 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 außenrum. Bin tot. Schiss. Er ist weg, er ist weg, alles gut. Der Mitte kommt, glaube ich, der Schiff. Ich bin wieder in der Mitte. Leider ohne Bescheid der Waffe. Ne, ich gehe gerade ohne. Ja, die goldene Kiste muss gleich wieder zu sein. Müsste sie. Ach so. Okay, ich komm hoch. Nicht mehr nötig, ich hab' ne Pam-Shotgun. Ne, ja, ich auch. Ich hab' die Kiste eh schon geöffnet gehabt. Aber jetzt hab' alle ne Pam-Shotgun. Wo? Oh, hier war gerade oben einer mit Dynamit. Das war ein Sui-Tipp-Gefährdentor. Der Sui-Tipp-Gefährdentor. Der Sui-Tipp-Gefährdentor. Oh, der hat mehr. Oh. Ich bin tot, es kommt einer hoch. Mitte oder außen? Mitte. Oh ja, ich sehe ihn gerade. Ah, ich bin tot. Wo denn? Ich bin tot. Ich bin tot. Ja, ich bin tot. Ah, da ist er. Ich sehe noch was drin. Wo ist denn Knoppers? Alter, Knoppers hat häufig Vorsprung. 26 Punkte, nicht schlecht. Vorhin waren's über 30, aber dann... Blau, ne? Ja. Ist voll. Ne, jetzt nicht mehr. noch Spawn-Battle. Aua, aua. Ah, nein. Verdammt, von hinten. Schlagen. Ich kill den jetzt mal. Ich schaue mal meine Punkte an. Alex, schau mal meine Punkte an. Also meine Punkte? Meine. Schau mal ganz nach oben. Im Spawn direkt drei gekillt. Und jetzt bin ich nicht mehr erster. Oh, ich laufe schon mal den Turm hoch, ne? Okay, oben ist er da. Ja, ich bin oben. Oben ist ein Gegner. Der Gegner ist runtergesprungen vom Turm. Ist der dumm, ey. Ist der dumm, ey. Kann ich nur so kurz nachladen? Oh, ein Döner mit neben mir. Oh, ich brauch ne Waffe. Hey, genau. Das war echt nicht so, dass die Kiste voll ist. Ja. Camper. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Was? Das ist jetzt nicht ehrlich. Ich auch rein, oder was? Als erstes komm ich jetzt, ja? Nee, nee. Nee. In der Mitte kommt der hoch. Ja, witzbold. Ich kann nichts gegen tun, weil ich keine kräftige Waffe habe. Ich bin tot. Sehr gut. Oh, in der Mitte kommen drei Leute hoch. Okay, wir haben keine Chance. Ja, ich bin auch tot. Wenn die zu dritt hochkommen, ist doch ganz schön unfair. Muss man ja so sagen, ne? Das machen wir jetzt auch. Ja. Ja. Ja, das... Ja, das ist die gute Waffe, wenn wir haben und wir die... Da oben drauf sind noch Gegner übrigens. Hm. Okay, ich hab ne Pam-Shotgun. Ich hab ne abgestickte Shotgun. Vielleicht hab ich auch gelegt vom Shotgun. Boah, das Leichenmachsacker hier oben. Ja. Und hat 20 HP, geht voll ab. 90. 100. Boah, das fängt schon wieder anzureden. Na. Der Typ ist so nervig, es ist immer derselbe echt. Ach mal. Ja, mach mal. Ja, mach mal. Ja, mach mal. Wo kann man reden? Mann. Fabi, wir... Da war Dynamite in der Mitte. Okay, Ahma. Ja, ich hab's. Warum wirft der denn Dynamite in die Mitte? What do you want from Ahma? Ey, Knopf, was dafür, dass du mal Erster warst, ist ganz grosser geworden. Ja, ich weiß. Was? Ehrlich, Knopf. Oh, da war jemand oben. An der Seite übrigens. Der ist der mal noch. An der Seite. Wo denn? Ja, Knopfers macht ihn weg, die geile Nudel. Ich hab ihn weggemacht. Nein, Knopfers. Ich hab's gesehen. Nein. Nein, das war ich. Nein, Knopfers. Was willst du von Ahma? Das ist mein Freund. Ahma, Ahma! 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 Ah. Oh. Was willst du von Ahma? Danke. Unten ist Nikon in die Kiste. Das ist meine, ich hab keine gute Waffe. Dann geh ich nur an die Kiste. Ja. Hab ich Fick dich? Nee, geh dran, los. Ja, nee, jetzt kann ich nicht. Ja, toll. Es gibt ein anderes dran oder was. Kann nicht. Toll. Dwayne the walk Johnson. War zuerst dran. Ah, hier unten liegt eine. Ich weiß noch nicht, was das für eine ist, aber haben wir. Oh, ich hab ne Pam schon dran. In der Mecke ist einer gewesen. Okay. Wir haben ihn gekillt. Ach stimmt, wir haben ihn gekillt. Wo spawnen die denn? Dann werb ich da mal so ein Dior mit hin. Entweder bei Rot oder bei Blau. Jetzt ist es zu. Okay. Oh, nein. Ich steig mal auf die. Sind die Rot oder Blau jetzt? Die sind jetzt bei Blau, glaub ich. Ich wechelte die einmal. Ja, Blau, Blau, ganz viel Blau. Okay. Ich snipe mir hoch. Okay, jetzt mal runter zu snipeen. Viel Spaß beim gegen Snipen. Aua. Aua. Leute, ich bin tot. Nehmt euch mal meine Waffen. Die spielen nicht schlecht, muss man sagen. Die spielen nicht schlecht, muss man sagen. Einer in der Mitte. Das ist doch weg, man. Hey Modgamer. Fuck you good. Es kommt eine Hochaußen. Das ist nur rechts oder links. Rechts. Ja, eigentlich habe ich keine Ahnung. Ich glaube, das ist nichts. 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 Ich bin ganz allein hier oben. Ich bin ganz allein hier oben. große 떡ösungsflérien. Es hat auch beginnt. Achmed. 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 in der Mitte kommt einer. Was? Hat er mich weggemacht? Wo redet man? Fuck you too, motherfucker. Oh man, man. Leggen, let it, let it. Oh mein Gott. Oh, da wirkt jemand Dynamite in der Mitte. Stupid guy, stupid guy. Shut the fuck up, you stupid guy. Shut the fuck up, bitch. You stupid. Danke, Firefight. Mordgamer, let it, legend, let it, legend, let it. Mordgamer, fuck you. Hier ist doch einer oben, Fabi. Ja, ich weiß, ich schieß doch auch schon. Sorry. Sorry, 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 sorry. Ja, sorry, sorry. Ich bin tot. Sorry, sorry, sorry. Ah, lad doch schneller nach. Ich komm hoch. Ich komm hoch. Das war knapp. Das war knapp. Das war ganz schick knapp. Sorry, 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 sorry. Sorry, 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 sorry. Alter, der macht das auch sichtlich. Natürlich macht das auch sichtlich. Okay, we understand you, sorry. Modgamer, sorry, sorry. Sorry, sorry. Sorry, 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 sorry. Ich geh jetzt mal die Tasten durch. Ah, ich weiß, wir haben die. Sorry, sorry. Sorry, sorry, sorry. Ja, sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry, sorry. Sorry. Wie heißt der legend? Okay, ist gemutet. Und wie heißt der andere? Modgamer, auch gemutet. Wie kann man muten? Äh, auf, äh, Tab und dann H. Ah. Sorry, sorry. Ah. Loi. Sorry, sorry. Modgamer und Legend. Modgamer. Follow me. Endliches Ruhe. Boah, die sind so nervig. Was denn, äh... Aua, aua. Ich bin tot. Oben ist einer drauf. Ich hab ihn gekillt. Sehr gut. Ich fahr grad an der Waffengiste. Und einmal kommt der. Ich bin so erschrocken. Mal wieder. Ich geh mal wieder. Ich geh mal wieder. Ich geh mal wieder.